Mein Name ist Matthias Mittelberg, ich bin 52 Jahre alt, ich bin gebürtiger Osnabrücker, habe auch die meiste Zeit meines Lebens in Osnabrück verbracht, habe aber auch an verschiedenen anderen Standorten gearbeitet, bin gelernter Jurist und bin seit acht Jahren jetzt quasi als Beruf in der Politik seit acht Jahren im Deutschen Bundestag. Da arbeite ich im Finanzausschuss. Das kann ich gar nicht so beurteilen, das muss am Ende der Wähler beurteilen. Ich würde mich um das Thema Kinder kümmern und Bildung. Ich glaube, das ist das wichtigste Thema, auch wenn es um die Frage geht, wie man künftig soziale Probleme und Armut vermeiden kann, dass das, ich sag mal, an den Wurzeln anfängt. Und in dem Bereich sollte man am ehesten ansetzen und Maßnahmen für Kinder und Bildung machen. Das nächste Thema, was ich dann ganz wichtig finde, ist die Verkehrsanbindung dieser Stadt. Strand oder Berge? Strand. Fahrrad oder Auto? Beides. Fisch oder Fleisch? Auch beides. Bier oder Wein? Auch beides. Ganz konsequent. Tee oder Kaffee? Kaffee. Text oder Sprachnachricht? Eher sprechen. Gelegene Fischer oder Rammstein? Dann eher Rammstein. Geld oder Liebe? Liebe. Träumer oder Realist? Realist. Chaotisch war ordentlich? Beides leider. Danke, das war es schon. Das war es schon. Perfekt.